Drei Bier und drei Kümmel, bitte. Haben wir hier nicht. Was? Beides. Piet. Dann nehmen wir so ein Pina. Pina-Folade. Ein Krabbenfischer wird mit der Moderne konfrontiert, aber er entdeckt seine Chance und schafft es dadurch, die Liebe seines Lebens für sich zu gewinnen. Wir sind aus Australien. Während der junge Fischer aufgeschlossen ist, erschrecken die Hauptfiguren des Animationsfilmes Fahrt zutiefst, als sich etwas im Ablauf ihres Alltags ändert. Im wahrsten Sinne des Wortes kommt Farbe in ihr Leben. Das Programm der Kurzfilm-Tage-Augenblicke ist nicht nur ein unterhaltsamer Denkanstoß und gesellschaftskritisch, sondern auch äußerst lehrreich, wie der Film Grünes Gold zeigt. Endlich wird das Rätsel gelöst, warum der Golfkrieg überhaupt stattgefunden hat. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Film das mal. Was ist das denn? Ist der süß. Bedrückend sind die beiden Filme »The Runner« und »Wenn Bäume Puppen tragen«? Hast du vergessen, was mit Maesha und Amalia passiert ist? Lass mich in Ruhe! Ich hab wenigstens nicht vergessen, wo ich herkomme. Filmästhetisch gelungen in Szene gesetzt, wird der Zuschauer in andere Kulturen entführt. In dem einen Film wird einem afrikanischen Mädchen durch ihre Beschneidung die Kindheit genommen. In dem anderen mündet die Schere zwischen Arm und Reich in einem grausamen Verbrechen. Auf immer wieder überraschende Weise führen die Filmemacher ihre Zuschauer an Themen heran, die man sonst gerne verdrängt. Ein beliebtes Mittel ist Humor, wenn auch oft der Schwarze. Und du, meine Liebe, hast mir deine besten Jahre geschenkt. Und die liegen jetzt hinter dir. Und du hast gar nichts mehr. Nichts. Und deshalb noch einmal ganz herzlich Dankeschön. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020